ich muss sie so wenn ich zwölf bin dann entscheid ich das Ding natürlich die Diamanten machen in 30 Diamant-Erze da muss ja eine bestimmte Zahl rauskommen oder Wolln wir uns an Rüstung machen mit Niki nichts abgeben ich weiß halt nicht ob sich Rüstung lohnt was Rüstung lohnt sich übelst vor allem Verzauberter ja musst du erst verzaubern ne ich würde sagen wir machen die schon mal aber wir lassen sie noch in in der Truhe und verzaubern die erstmal richtig und reparieren kannst dann immer noch so ich bin jetzt Level 13 jetzt geh ich zurück und mach das mal ja die mit dem das Clip auftun ja ich bin jetzt Level 8 halt die Creeper machen so dämmerisches Übelchen ne überhaupt nicht du bist da hinten ja ich geh nach Hause ja ja nein ne mach nicht mach das ja genau so machen wir mal wieder hier na so ok dann tu ich mal das schöne Buch da drauf packen ohne Witz ich vergesse immer F3 auszumachen wenn ich es mal anhatte F3 echt jetzt? ja immer ich hab's bis jetzt an boom ich hab ne geile Spitzhacke so jetzt tu ich die Diamanten nehmen ne? ja ja hau rein 30 Stück was glaubst du wieviel kommen raus? ich tipp auf ähm 50 ich sag 42 ich bin irgendwie nicht so optimistisch in Ernst? ja ok und los geht's ich find's witzig wie ich äh wie sich Chicken immer in so Grasbüschling verstecken find ich lustelig find ich auch lustig lustelig heißt das lustelig ja ok 55 geht eigentlich halt so ich mach mal für uns beide Rüstung oder? und ein Schwert für uns beide ok also aber ein Schwert hab ich noch Schwert brauchst du mir nicht machen mach mir lieber noch ne neue Spitzhacke aber ich brauch ein Schwert so warte zwei Boots oh ich hier ist ne äh ich hier ist ne Höhle ich geh mal rein wir haben ja noch nicht genug lol ok also Höhle brauchen wir jetzt echt nicht eigentlich ach doch doch logisch also Eisen lass ich jetzt liegen ok natürlich Eisen ach doch Eisen ist eigentlich schon ein schlechtes ja wir haben nur 6 jetzt haben wir nur noch 8 Diamanten ja und? man muss trotzdem ach du willst noch ne Spitzhacke? was bringt denn dir noch ne Spitzhacke? achso stimmt ich hab dann halt war keine Spitzhacke ja hast du noch ich mach jetzt aber noch ein Schwert weil ich hab nur ein scheiß doofe Schwert so ich hab ein richtig geiles mit Plünderung jetzt muss ich gleich mal reparieren gehen hä? achso lol ok also du hast äh den gemacht ähm was? du hast jetzt Rüstung gemacht ja für uns beide ja tu dir aber erstmal in ne Kiste in ne separate wo ne Kiste dich findet ich tue es einfach hier die können wir nachher hin alter halten Esel noch mehr aus wie Pferde weiß ich nicht Esel halten noch einen Schlag mehr aus ja toll ist ja super ich find das also hier ist ne Eselherde es sind 6 Esel gut kann sein dass Esel nicht eigentlich noch seltener sind wie Pferde lol lol was denn ich bin in der Wohnung gell in der Wohnung und da spawned direkt vor mir ein Enderman ist eigentlich auch toll kill den halt soll ich tu jetzt mal ein obwohl es bringt's nicht was? ich wollte mein Schwert mit 10 Level verzaubern aber ich glaub das ist ähm mach mach auf Level 9 Level 9 da kann eigentlich nur gut rauskommen soll ich erst? Level 9 ja Level 9 ist meistens stärker 2 dann mach ich Level 10 ja mach ich gleich einfach da kann halt sowas wie ein Bann rauskommen ja wenn ich so ja hau einfach rein 9 ist aber bei der ersten Leiste ne ja wie gesagt Schärfe Schärfe 1 toll dein Ernst? ja ach egal mein Dierschwert ist halt immer geil ne so magst du mich mal kurz tippen? wieso? ich weiß nicht mehr zurück das ist echt gegen die Regeln Nils also oh 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 guck mal was ich für Niklas vorbereitet habe Alter das ist auch toll das war nett soll man das zubauen? nein das bohrt er oben drauf ach ist der da ist auch scheiße so das wär blöd gut was machen noch? was machen wir denn noch? ganz kurz ich brauche nur noch einen Alter wie hier alle Pferde wechseln ich brauche nur noch ganz kurz ein Level ich will Level 13 mal gucken wie viel das Schwert äh Schwert reparieren kostet ich mache mal hier neue neue Fackeln also wir haben zwei Stacks hatten wir in irgendeiner Truhe sind noch in irgendeiner Truhe sind noch über uns deckt ich hab's nichts ja dann hol dir was zur Truhe ich mache einfach mal ein Steak kommt hier so zack so weg okay soll man noch irgendwas spezielles machen? wollen wir jetzt aufhören oder soll man wirklich noch weitermachen? machen wir weiter machen wir weiter okay jetzt jetzt ist es nur schuld es ist echt na 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 reichte mal mal das Zucker abbauen Plünderung so wo sind die Diamanten? ich brauche Diamanten äh also das Plünderung schwer kann ich ähm reparieren ne? ja aber das kostet mega viel ne? denn ernst? neunzehn das ist ja was neunzehn? das kostet neunzehn Diamanten was? Sammy was hast du für ein Diamantschwert? ey warum kostet das neunzehn Diamanten? äh neunzehn Level was hast du für ein Diamantschwert? mit Schärfe 1 wollen wir das fusionieren? was gibt's? Plünderung mit Schärfe 1 nein Schärfe 1 bringt's auf jeden Fall werfen wir zu ja das kannst du immer noch verbessern ja werfen wir es mal zu ach jubi jetzt hab's dir voll die Nase geworfen ja du kannst es ja damit repressieren oder? jetzt werfen wir es zu ja hab ich doch du kannst wie viel kostet das? wie viel Level? 36 ja toll super kriegst du ja so schnell äh wenn ich töte? pass mal auf ja ich hab ein Level toll lass es Junge mach das viel Damage? nein hast du mich gerade gehauen? jetzt Junge lass es wenn du mich noch einmal haust Weed jetzt geh mal bitte in mein Schwert wieder Junge Junge ach schade es geht da nicht rein dankeschön ich wollte es nicht da reinwerfen nee wolltest du nicht warte mal kann ich das hier noch enchanten? ich find's schade dass man enchant das nicht enchanten kann damit man enchant ist, enchant ist, enchant ist, enchant ist, enchant ich find's viel geiler wenn man das so auswählen könnte jetzt komm lass uns mal irgendwas bauen oder so ich wär warte ich gucke jetzt warte ich gucke jetzt was oben drauf nein ich mag Häuser bauen nicht echt? dann lass lieber ne ähm lass lieber ne automatische Farm machen nein das ausschleerste ne richtig hier lass uns doch lieber hier oben den Turm bauen den Anfang na ja mach du warum denn ich ich mach ne automatische Farm nein doch ach nee zu zweit bauen ist viel lustiger was willst du denn bauen? ein Turm ui ein Turm ja ein Turm komm schon ich baue mal die die Krütze was Niklas da gebaut hat baue ich mal weg ne mhm so jetzt komm lass uns einen Turm bauen ich hab keinen Bock auf Turm bauen na 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 was sollen wir dann bauen? äh was kann man denn bauen? ein Turm ja lass uns einen Turm nein so jetzt was denn? keine Ahnung keine Ahnung so es rauscht gerade gar nicht überhaupt nicht bei dir auch nicht ich will jetzt irgendwas bauen aber ich weiß nicht was ups passiert passiert warte mal ich hab ey ich hab noch Plünderung ich kill es und dann krieg ich 3 Diamantschwerter das hat mir grad ein halbes Life gegeben ne gib mir ein halbes Life Hau mich mal Aua ein ganzes lass es doch Junge so jetzt Junge ich bin gleich tot ich dachte es gibt nur ein halbes deine Mutter auch ja und ähm ähm ich pass die ich pass die ich bin der Saul du bau dazu ich bin der Saul du bau dazu du weißt was ich jetzt mach wo ich richtig Bock drauf hab sag ich dir nicht sag ich dir nicht siehst du dann schön dass ich den Satz anfangen mit soll ich dir sagen ne weiß ich dir das dann auch sagen weißt du worauf ich jetzt Bock hab denn jetzt worauf komm mal raus wollen wir ein Dorf bauen einfach nein komm mal raus hier ich wär dafür dass wir ein Dorf bauen komm mal raus warte komm mal raus warte warte scheiße ich hab grad ein bisschen die Aufnahme beendet hast du wieder angefangen? ja find ich gut jetzt komm mal ich mach mal ne Diamant- äh ne Diamantaxt Alter nein Alter nein Alter nein so verschwenderisch wie Diamant ist unglaublich einfach ne ne ja und ja und ja und oh warte Diamanten kommen da drüben rein so erstmal alles einfach da rein einfach da rein scheiß auf Ordnung das wird Sammy machen später genau so äh